Also Streberin, bist du bereit zu verlieren? Mathematisch gesehen sind unsere Chancen gleich. Dann fange ich mal an. Puh, es ist Orbeez. Sieh zu und lerne. Oh nein. Jetzt weiß ich, was du meinst. Was ist hier los? Wow, sind wir zu mehr Jungfrauen geworden? Schau mal da drüben. Wow, das ist eine Herausforderung. Darf ich es anprobieren? Ups. Willkommen bei der Mehr Jungfrauen Make-up Challenge. Meine Augen haben nicht gelogen. Aber was ist das? Technisch gesehen ist es ein Test der Fähigkeiten. Ich zeige es euch. Das ist dein erster Test. Bist du sicher, dass es sicher ist? Hast du einen Führerschein? Aber wenn der Preis mir gehört? Er wird mein sein. Wir fangen jetzt an. Warum hast du uns das nicht gesagt? Sie werden es herausfinden. Du wirst mir nicht im Weg stehen. Na klar. Denn wir kröbeln. Das Wichtigste ist, nicht stehen zu bleiben. Nun stecke ich auch fest. Hey Leute, ich brauche eure Hilfe. Bitte like dieses Video und der Strom wird abgeschaltet. Ich flöre euch an. Oh, Kylie, sei vorsichtig. Wovon redest du? Oh, ich glaube, ich habe es. Die Amplitude ist ganz einfach. Oh nein. Ich wünschte, ich hätte Geometrie studiert. Juhu, der Preis gehört mir. Was, kleiner Fisch, haben sie dir einen Trostpreis gegeben? Hey, wo bringst du den Preis hin? Und was habe ich bekommen? Hm, was ist das? Die 100 Schichten Challenge. Jetzt habe ich es. Los geht's. Eins. Je fester ich drücke, desto mehr kann ich drauflegen. Oh, sie sind so kalt. Das gefällt mir. Wie viel gibt es noch? Und hier ist die letzte. Ah. Oh, mein Kopf. Aber mein Gesicht. Das ist unglaublich. Das erste Ding. Fertig. Hey, du hast dich verändert. Das ist ja eklig. Bist du bereit für die zweite Runde? Ja, natürlich. Was ist das? Das Balanceboard ist deine Ausrüstung. Ganz einfach, das kann ich auch. Hehe. Oh. Denk dran, Kylie. Du bist flink wie eine Katze. Lass uns anfangen. Sie macht es wirklich. Ich habe es nicht erwartet. Das war's. Jetzt du. Das kann ich auch. Oh, so einfach ist das nicht. Sei vorsichtig, sonst machst du Flecken auf den Boden. Oh, vielleicht hilft das ja. Oh. Ich stehe. Oh nein. Das hat nicht geholfen. Mein Gesicht. Ich bin perfekt. Wie ist das möglich? Das ist nicht fair. Die Zeit ist um. Schauen wir uns die Ergebnisse an. Nicht schlecht, Sky. Jetzt du, Kylie. Was ist mit deinem Eyeliner los? Liegt es nur an mir oder sind die Augen anders? Okay, wir werden es berücksichtigen. Natürlich. Sky gewinnt. Siehst du? Sie konnte nicht einmal auf dem Brett stehen. Leute, schreibt in die Kommentare, wessen Make-up gewinnen sollte. Meins oder ihres? Schaut einfach. Dieses Mal werde ich auf jeden Fall gewinnen. Das ist meine Tasse Tee. Das ist mein Tasse Tee. Das ist lecker. Hm. Du denkst, ich kann das nicht? Oh. 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 Wir brauchen etwas zu trinken. Cherry Dr. Pepper. Perfekt. Was ist, wenn ich etwas Eis hinzufüge? Jetzt ist es an der Zeit, das rosa Gelee zu probieren. Und das nennen sie ein Wettbewerb? Es ist eine Belohnung. Hier kommt die ernsthafte Spielerin. Jetzt ist es an der Zeit, diese Snacks herunterzuspülen. Ich trinke das zum ersten Mal. Es schmeckt wirklich wie Chopper Chops. Und der Sieg geht an... Sky! Der Preis gehört dir. Danke, genau das, was ich brauche. Nein, was ich brauche. Warte mal, ich habe eine Idee. Wenn wir die Kohlen vom Burger zerkleinern, bekommen wir etwas Cooles. Ich werde es zerdrücken wie dieser Snob Sky. Schwarzpulver ist genau das, was ich brauche. Jetzt packen wir es in eine Balsamflasche. Oh, ich kann es kaum erwarten, meine neue Farbe zu sehen. Jetzt mach es zu und mische es. Ja. Jetzt tragen wir es auf die Lippen auf. Sieht perfekt aus. Hey Sky! Ich gebe dir nur einen Kuss. Oh nein! Was war das? Eine tolle Ergänzung für meinen Look. Die nächste Herausforderung wird deine Stärke testen. Der hohe Stürmer wird zeigen, ob du flussaufwärts schwimmen kannst. Das war's von mir. Mal sehen, was sie tun kann. Puh, ich schlage jeden, der sich mir in den Weg stellt. Nein, nein. Eigentlich ist es für den Schwanz. Es ist noch besser. Zeit, die Schwanzstärke zu messen. Ja. Ein perfektes Ergebnis. Ich hätte nicht gedacht, dass sie so stark ist. Aber ich bin auch cool. Wir müssen aber auf Nummer sicher gehen. Lass mich bitte durch. Puh. Jetzt zeige ich ihr das hohe Level. Tschundschi. Puh. Puh. Ja. Endlich. Ich wusste, dass es klappen würde. Der Sieg ist mein. Oh danke. Hol es dir abschnupp. Gut. Ein Punkt mehr erreicht. Cool. Es ist noch nicht vorbei. Wow. Es ist so schön hier. Was ist das? Eine wütende Krabbe? Moment mal, bist du das? Bin ich wütend? Du bist ein wirklich süßer Kerl. Ich werde dich hier rauslassen. Warum so viele Ketten? Das war's. Hey, wo willst du hin? Ah. Wer hat die Krabbe rausgelassen? Das Schild hat nicht gelogen. Aber ich kann die Ketten benutzen. Ich werde trendige Accessoires machen. Tschundschick. Das wird mir sehr gut gefallen. Ich bin sicher, dass die Krabbe sie immer noch nicht in Ruhe gelassen hat. Vielleicht müssen sie eine persönliche Rechnung begleiten. Was kommt als nächstes? Rosa. Ich wollte schon immer, dass meine Haare so aussehen. Wow. Einfach perfekt. Warte mal kurz. Hey. Ich brauche auch eine coole Frisur. Aber wie mache ich das? Oh. Genau das, was ich brauche. Der Meerjungfrauenkamm. Brrrr. Kuckuck. Wow. Was für ein toller Effekt. Das ist so cool. Mach's gut, Ballon. Na und? Gefällt dir unser neues Outfit? Ich hoffe, du bist beim nächsten Wettbewerb erfolgreich. Und was sollen wir damit machen? Ach komm schon. Es ist eine Schablone für unsere Waage. Das hättest du dir denken können. Ich bin bereit. Ich muss es nur noch anprobieren. Das ist toll. Warum ist mir das nicht als erstes eingefallen? Ich sehe perfekt aus. Ich bin sicher, diese Runde gehört mir. Wie geht es dir, Sky? Ich glaube, ich kann eine Konkurrentin loswerden. Fang ihn, Sky. Hey. Was ist das? Hm. Ich glaube, ich kann es als Schablone benutzen. Wow. Es ist noch besser geworden, als ich dachte. Wozu brauchen wir die Strasssteine? Du kannst dein Aussehen verbessern. Okay. Es gehört mir. Gib es mir. Du gibst es mir. Mädels, beruhigt euch. Das ist meins. Was sollen wir also tun? Vielleicht können wir uns gegenseitig helfen? Das ist eine gute Idee. Lass es uns tun. Wir müssen tauschen. Die schwarzen Strasssteine sind so schön. Wir werden ein Muster machen, das wie Schuppen aussieht. Oh. Das ist der Hammer. Toll. Jetzt rühre dich nicht vom Fleck. Ich werde das Gleiche für dich machen. Ich hoffe, du weißt, was du tust. Cool. Toll. Sky, geht es dir nicht gut? Es ist mein Make-up. Ups, das ist ja peinlich. Herzlichen Glückwunsch, Kylie. Ja, ich wusste es. Wow. Der Sieg ist mein. Tut mir leid, Sky, aber die Klügste gewinnt. Da war ein Spiegel im Badezimmer. Ich bin wieder im Spiel. Was für eine Nervensäge. Warte, was ist das? Weißt du das? Ich habe keine Ahnung. Lass uns nachsehen. True trick. Wow. Ich frage mich, wer ich sein werde. Puh, ich bin immer noch eine Meerjungfrau. Hey. Schau mal, was ist mit dem Gerät los? Das verstehe ich nicht. Es war doch alles in Ordnung. Wir sollten hier nicht stehen. Das wirst du bereuen, Dr. Oktopus. Hast du das gesehen? Und noch welche? Wo bin ich? Sieht so aus, als hätten wir hier zusätzliche Charaktere. Ich kümmere mich darum. Spiel vorbei, Leute. Reitet euch. Der Laser oder der Flammenwerfer. Okay, das ist meine Box. Puh, ich habe es geschafft. Ich hoffe, sie findet mich hier nicht. Ob du bereit bist oder nicht, ich komme und hole dich. Und hier ist der Laserflammenwerfer. So, schauen wir uns diese Kiste an. Hm. Hm, der Geruch von Gebratenem. Oh nein, ich bin's. Hilfe, ich brenne. Hey, Wednesday. Es ist Zeit, dich abzukühlen. Hey, soll das ein Witz sein? Okay, ich schaue mal nach dem Tank. Hey, ich habe ihn gerade vollgetankt. Kuh, kuh, kuh. Diese Wednesday und ihr Spielzeug. Muss weg. Ich hoffe, die Garantie ist noch nicht abgelaufen. Hier ist meine Rettungsleine. Nie wieder Aliax Express. Okay. Diesmal kannst du dich nicht vor mir verstecken. Genau das, was ich brauche. Oh, es ist zu schwer. Lass uns Angry Birds Verstecken spielen. Das gefällt mir nicht. Ich hoffe, es tut mir nicht weh. Wo können sie sich verstecken? Sie müssen in einem Dreieck sein. Linjas. Hey, der ist frisch aus der Reinigung. Du kannst es mit deinen Tränen waschen. Es ist nicht lustig. Mr. Parker, das wird schon wieder. Keine Sorge. Das werde ich nicht sagen. Thing, finde es heraus. Was ist das? Ah! Na, na, na. Gut gemacht, Thing. Ich kümmere mich selbst darum. Was haben wir denn hier? Gib es mir. Bitte nicht. Okay, Kumpel. Was? Es ist in Ordnung. Ich nehme nur ein kleines Stück davon. Wie einen Mückenstich. Los geht's, Thing. Wir sind hier fertig. Hoffentlich findet sie mich nicht. Was riecht hier so? Blut? Es muss mir gehören. Um jeden Preis. Ich wusste, es würde funktionieren. Jetzt kannst du nicht mehr vor mir weglaufen. Haha. Der Fisch ist im Netz. Leute, bitte helft mir. Gebt mir ein Like, wenn ihr wollt, dass ich aus dieser Falle herauskomme. Okay. Lass das Periskop runter. Oh, du. Okay. Hey, diese Runde gehört dir. Sieht aus, als ob sie weg ist. Lasst uns eine Überraschung für sie machen. Ich liebe Überraschungen. Was glaubst du, wer du bist, Copperfield? Was ist das? Aha. Mal sehen, wie die Meerjungfrauen Elektrizität leiten. Komm zur Sache. Fertig. Los. Oh. Es hat geklappt. Wednesday ist jetzt ein Blitzableiter. Lauf. Es ist verschlossen. Aber ich habe einen Weg hinausgefunden. Sei vorsichtig. Lass mich ausrutschen. Hey, ich habe dir gesagt, du sollst vorsichtig sein. Und jetzt werde ich einen blauen Fleck haben. Psst. Schau runter. Ich glaube, das ist der beste Unterschlupf, den wir finden können. Perfekt. Der Stern gehört mir. Er ist so schön. Das nennt man also das Sternenfieber. Ich kann es nicht glauben. Der gleiche Sack, den ich zu Hause habe. Wee. Versteck dich. Wo sind sie hin? Nun, ich hoffe, meine Intuition lässt mich nicht im Stich. Lasst uns gemeinsam den Hammer testen. Wo fangen wir an? Kuh, kuh. So schwer. Und jetzt glitzert alles. Das ist ja furchtbar. Oh. Okay, die beiden haben es so gewollt. Oh, lass uns dein letztes Lied spielen. Was für eine wunderbare Musik. Wow. Wow. Sing mit mir mit. Oh, wer heult denn da? Das ist ja furchtbar. Ich weiß, dass du dich nicht vom Singen abhalten lassen wirst. Bingo. Ich kenne alle deine Schwächen. Oh nein. Nur das nicht. Zeit, den Müll aus dem Zimmer zu bringen. Komm schon. Du bist aus deinem Spiel raus. Was soll ich für diese Runde wählen? Es ist langweilig. Es ist zu einfach. Oh. Und woher ist das? Pikachu. Tooth. Hey. Komm her. Ich will nicht. Wow. Was für eine schöne Box. Willst du mich heiraten? Ich finde, wir sind ein tolles Paar. Dynamit ist ein Klassiker. Vor allem, wenn du die Schädlinge ausräuchern musst. Wo versteckt sie sich? Lass mal sehen. Oh nein, sie weiß, wo ich bin. Nur nicht hier entlang. Ich liebe den Geruch des Schießpulvers am Morgen. Der Countdown hat begonnen. Mal sehen, ob du hier rechtzeitig rauskommst. Ich werde einen besseren Platz nehmen. Was soll ich tun? Oh, ich weiß es. Betsy, du musst fliegen. Ich hoffe, ich schaffe es. Coole Jungs schauen sich die Explosion nicht an, aber das sollten sie. Was? Das Dynamit hätte schon längst explodieren müssen. Was? Schon wieder? Okay. Keine Spielchen mehr. Es ist Zeit für drastische Maßnahmen. Wo ist sie? Sicherheit geht vor. Pika, Pika? Willkommen in Texas, Mädchen. Oh nein. Zeit, das Verdeck abzunehmen. Mein kleiner Stern. Du bist ein Freak. Danke für das Kompliment. Meine Süßen. Hallo du. Was hast du gemacht? Wie wäre es mit einem Teddybären? Nein, ich werde niemanden damit umbringen. Erwischt. Du bist also ein seriöser Kunde. Okay. Sieh dir das an. Nerves, Äxte, Laser. Alles für diejenigen, die echten Spaß lieben. Genau das, was ich brauche. Hast du dir etwas ausgesucht? Eine Armbrust. Eine tolle Wahl. Schau. Hm. Das ist Müll. Okay, ich kann dir eine Axt anbieten. Wirklich? Das ist zu leicht für mich. Hm, ja. Sieht aus, als wüsste ich, was du brauchst. Es passt perfekt. Ein Bestseller. So ist es besser. Ich nehme es an. Warte einen Moment. Ich bin sicher, dass dieses Ding ausreicht. Das Beste vom Besten auf dem Markt. Besser als TNT. Vielleicht nimmst du es? Nein, danke. Das reicht. Warte. Ich will ja dich an. Komm schon. Funktioniere. Oh. Das war peinlich. Ups. Was ist das? Ich wusste, dass es funktioniert. Was für ein wunderbarer Tag. Ich glaube, ich habe noch einen Spieler. gefunden. Zeit zu rocken. Spieler, macht euch bereit. Was ist das? Hohohoho. So viel rauf. Ich fühle mich nicht so gut. Wo bin ich hier? Oh nein. Das ist Wednesdays Lair. Lustige Werkzeuge? Hier gibt es keinen Spaß. Beeil dich. Ich muss mich verstecken. Aber wo? Psst. Ich bin beschäftigt. Okay, ich muss einen Ort finden. Schneller. Ich habe keine Zeit. Puh. Ich hoffe, ich habe es geschafft. Ich brauche deine Hilfe. Finde den Vampir. Ist das klar? Ich habe es. Ich fange an. Vielleicht hier? Hey, bist du ein Vampir? Hör auf. Es kitzelt. Okay. Wer ist das? Bitte tu mir nicht weh. Glaub mir, das werde ich nicht. Was machst du da? Was meinst du? Ich baue ein Becken für meine Fische. Nein. Guten Appetit. Ah, bitte. Hilf mir. Haha. Es ist so lustig. Okay, das reicht jetzt. Ich weiß, wo du bist. Oh nein. Sie sieht aus, als wäre sie wütend. Mein Unterstupf ist jetzt wie ein Schweizer Käse. Na und? Ist sie hier? Oh nein. Wer ist da? Out. Okay, es wird Zeit zu gehen. Das verstehe ich nicht. Warte mal. Das ist es. Du kannst nirgendwo hinlaufen. Was? Ist sie weggelaufen? Warum gibst du nicht einfach auf? Puh. Das war knapp. Da bist du ja. Wir haben das Spiel nicht zu Ende gespielt. Au. Stopp. Langsamer. Es ist eine rote Ampel. Ernsthaft? Warte auf das grüne Licht. Okay, du kannst gehen. Danke. Tschüss. Hier wird sie mich nicht finden. Wow, das ist ein perfekter Unterschlupf. Hey, Finger weg. Was für ein Tag. Okay, das war's. Du willst es nicht auf die gute Art? Wir machen es auf die Knoblauchart. Oh, es stinkt. Fang es, Mädchen. Was ist das für ein Geruch? Ist es Knoblauch? Ich ersticke. Danke, dass du gegangen bist. Oh nein. Wie konnte ich das nur vergessen? Oh, ich kann es einfach nicht. Ups. Jetzt brauchen wir die Handschuhe auch nicht mehr. Sie muss hier sein. Du. Komm mit mir. Oh. Ein Alarm? Sieht aus, als wäre ich gerettet. Verlierer. Damit kommst du nicht durch. Genau. Du hältst doch nichts gegen eine Flasche frisches Blut, oder? Frisch? Komm schon. Es geht aufs Haus. Nur einen Schluck. Nimm den Strohhalm. Danke, ich brauche ihn nicht. Ich brauche einen Schlauch. Viel Spaß. Ah, lecker. Mach dich bereit zu zahlen. Oh nein. Wednesday. Du bist verhaftet. Folge mir. Für die Misshandlung der Trumville, Leute. Das Gefängnis wartet auf dich. Verlierer. Ihr werdet euch also nur eine Gefängniszelle teilen. Gewinn dich daran, du sitzt hier fest. Oh nein, ich hasse es. Das ist alles nur wegen Wednesday. Wen willst du erschöcken? Ich muss hier raus. Think. Bring mir das, was auf ihrem Schreibtisch liegt. Verstanden? Ach, Trum Trick. Genieße deinen Aufenthalt. Wie bitte? Hören. Ich habe es mitgebracht. Sieh mal. Thing. Das ist nicht das, was ich brauche. Bist du ein Amateur? Hier sind wir wieder. Ich spiele nicht. Hol den Knochen. Ich brauche die Schlüssel. Okay, ich hab's. Das macht keinen Spaß. Ta-ta-ta. Alarm. Für den Versuch zu fliehen, wirst du für immer zu einer Gefängnisstrafe verurteilt. Thing. Thing. Woher wachsen deine Hände? Ups, Entschuldigung. Hey, Blackpink. Willst du den Knast verlassen? Ich will aus dem Knast raus. Lass sie nicht raus. Ich halte dich zurück. Ich werde... Hör auf damit. Hör dich etwas aus. Oh, ich kriege dich. Ich lasse es hier. Und versuch gar nicht erst zu fliehen. Komm schon, Thing. Das ist unsere Chance. Thing ist gebunden. Du bist nichts im Vergleich zu Mami. Zieh zu und lerne. Geh zu Mami. Voila. Ich bin einen Schritt von der Freiheit entfernt. Endlich. Ich dachte schon, ich komme hier nicht mehr raus. Lass uns gehen, Thing. Wo wollt ihr denn hin? Ich glaube nicht, dass wir zusammen gehen können, Leute. Hey, komm zurück. Hat sie das für mich da gelassen? Das ist aber schön. Oh, und ein Schlagstock. Machst du ihn auf, oder nicht? Das Mittagessen ist der beste Teil des Jobs. Ah. Lass die Waffen fallen. Drohst du mir mit einer Banane? Lass mich mal versuchen. Und jetzt ist es Zeit, hinter das Gitter zu gehen. Hat sie das Buch bei AliExpress bestellt? Das verstehe ich nicht. Welche Sprache ist das? Vielleicht halte ich es falsch. Oh, du, übersetze. Interessant. Ein Wörterbuch ist das, was ich jetzt brauche. Schauen wir mal. Oh nein, das ist ja auf Französisch. Okay, ich habe genug. Hey, Wednesday. Willst du mir mit dem Buch helfen? Oh, natürlich. Ich will nicht. Das hättest du wohl gerne. Ach, wirklich? Was hat sie denn vor? Vielleicht helfen dir Donuts beim Sprechen? Oh, ich hasse alle Süßigkeiten. Du gemeines Mädchen. Gut. Was ist das? Und was sagst du dazu? Sind Haferflocken eine gute Wahl für dich? Nimm sie. Das ist sogar für mich eklig. Guten Appetit. Warte. Willst du es essen? Ich habe mich geirrt. Es schmeckt wie Sumpfschlamm. Danke. Ich verstehe das nicht. Ist das eine Beleidigung oder ein Kompliment? Es macht nichts. Jetzt übersetze das Buch für mich. Danke. Ich bin satt. Oh, du Kleiner. Was ist los, Mami? Sind deine Arme zu kurz? Was wirst du noch bereuen? Hm, das muss ich mal ausprobieren, wenn ich rauskomme. Ich habe schon alles gelesen, was hier drin steht. Oh, sieht aus, als hätte ich ein Paket bekommen. Wer es wohl geschickt hat? Meine Familie vergisst mich nie. Ich bin sicher, dass sie mir etwas Nützliches geschickt haben. Was könnte das sein? Hör auf zu raten, Wednesday. Lass es uns aufknacken. Eine Torte? Das ist so originell. Niemand würde unter dem Schokoladenkuchen nach einer Pfeile suchen. Wo ist sie? Vielleicht ganz unten? Nicht einmal ein einziger Dietrich? Vielleicht sollte ich unter dem Deckel nachsehen. Alles Gute zum Geburtstag, Wednesday. Wie süß. Jetzt sind meine Hände schmutzig. Aber süß. Schon wieder ist ein Tag vorbei. Bist du fertig? Super. Jetzt werden wir unsere eigene Gang haben. Wir werden die coolsten Typen im Knast sein. Gib mir fünf, Anführer Wednesday. Hm, sieht cool aus. Was ist das für ein Geräusch? Ihr seid in das Gebiet der Skulls eingedrungen. Willst du Ärger bekommen? Was? Eine Taube? Die ist bestimmt nicht wegen der Brotkrümel hier. Ich wusste es. Es ist eine Brieftaube. Ruhe dich aus. Lesen wir es. Wir werden dich retten. Darauf habe ich gewartet. Ich muss antworten. Beeil dich. Super. Ich kann es abschicken. Es gibt einen Job für dich. Braver Junge. Flieg zur Addams Family. Aua. Das tat weh. Tut mir leid, Baby. Versuchen wir es nochmal. Oh Mann. Das ist nicht meins. Okay. Ich habe eine andere Idee. Wo habe ich es versteckt? Na toll. Ich muss es nur noch unterschreiben. Für die Addams Family. Ich kann die Freiheit fast riechen. Hast du etwas für mich? Bitte beeil dich. Okay, okay. Ich brauche keine Probleme mit Skulls. Sag es nicht weiter. Gefällt es dir, wie sich Carolyn von einer Streberin in Mami Long Legs verwandelt hat? Warst du schon mal auf einer coolen Party? Antworte unten in den Kommentaren und erzähl uns davon. Bis dann.